Herrlich, Sie haben hier ja wirklich alles, was Sie brauchen. Wussten Sie auch, dass Sie die Voraussetzungen für perfekten WLAN-Empfang im ganzen Haus schon gelegt haben? Sie haben doch eine Stromleitung, oder? Gut, denn hier kommt die smarte Devolo Powerline-Technologie ins Spiel. Die nutzt einfach Ihre Stromleitung zur Datenübertragung und verbreitet damit Internet im ganzen Haus. Das heißt für Sie störungsfrei im Internet surfen oder problemlos streamen und gamen. Damit hat ruckeliges HD-Videostreaming endlich ein Ende. Egal in welchem Raum Sie sich befinden. Und auch das teure, aufwendige und unschöne Verlegen von Netzwerkkabeln hat sich erledigt. Mit Devolo Powerline haben Sie Internet bis unter die Dachspitze. Einfacher, kostengünstiger und schneller geht's wirklich nicht. Alles, was Sie noch brauchen, sind die Devolo Powerline-Adapter. Und so geht's. Einfach Devolo-Adapter mit Ihrem Router verbinden, einen zweiten im Raum Ihrer Wahl in die Steckdose stecken, Geräte per WLAN oder über LAN-Kabel anschließen und sich über perfekten Empfang freuen. Sie haben die Wahl zwischen Adaptern mit LAN-Anschlüssen, die Sie zum Beispiel mit Ihrem Smart-TV verbinden und dadurch ungestört Ihren Fernsehabend genießen können, oder den Devolo WLAN-Adaptern mit LAN- und WLAN-Funktion für starkes WLAN an jedem Lieblingsplatz in Ihrem Zuhause. Für mehr Leistung und mehr Reichweite setzt Devolo auf eine eigens entwickelte Innovation. Die Range Plus Technology schickt das stärkste Signal auf alle Steckdosen. Wie? Indem sie alle drei Adern des Stromkreises nutzt und somit sehr hoher Bandbreite und Stabilität punktet. Zusätzlich verbindet die Devolo Wi-Fi Move Technology Ihr Tablet oder Smartphone automatisch mit dem nächsten Devolo-Adapter und damit auch mit dem stärksten Signal. Bei allem, was Sie tun. Ob Sie gerade einen Blick ins Kochrezept werfen, mit Freunden chatten oder die letzten Sportergebnisse checken. Devolo Powerline. Leistungsstarkes WLAN auf die smarte Art. Im ganzen Haus.